Le Freunde, Willkommen zurück zu Mario Party 5 im Together mit Jack Mario und ähhh... Ja? Rico. Achso! So wichtig bin ich dir, Alter! Hallo! Hallo! Ich überlege, das hier einzusetzen. Nein, stell dir mal vor, du kriegst die Tornadino-Kapsel. Dann kann ich die nicht einsetzen und du auch nicht. Das ist das Schlauste jetzt gerade in dem Moment, genau. Neun, reimt sich auf neun. Ja. Freu dich. Danke. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Scheiße! Kommst du auf die Tornadino oder auf das andere? Ja, ich... Jetzt kommt Doppel-Tornadino gleich. Wenn das vor mir ist, Tornadino. Und du hattest dann... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Kommst du auf mich, glaub ich, ne? Okay, bye. Tut mir leid, aber das ist für mich der wichtigere Weg. Ja. Sowohl kommerziell... Als auch... Vom Nutzen her. Bye, bye Stern. Bye, bye, Hollywood Hills... Ne, Moment. Mal sehen, ob er da lange bleibt. Das kommt jetzt ganz drauf an. Oh. Oh. Jemand in der Nähe. Jake. Jake könnte... Ja, Jake. Nee, ich muss da doch einen halben Weg dahin gehen. Ja, ich ja auch. Okay, also es ist keiner irgendwo in der unmittelbaren Nähe. 10. Ich will nicht mehr als mal die 10. Ja. Gönnung. Oh. Münzbox, hallo. Warum nicht? Ich dachte echt, das wird getriggert, ey. Könnt ihr sie mal wieder gebrauchen? Ja. Oh, Karte. Moment. Wen muss man jetzt sexuell belästigen, damit man sowas bekommt? Wo ist denn Jake? Hallo? Ach, da ist er. Ja, sag ich ja. Noch weit vom Sternen entfernt. Sag ich ja. Achso, da oben ist er ja. Okay, gut. Ja, dann warte ich noch. Ja, das war gut. Das war gut. Ich krieg einen Kotzreiz bei meinen Würfel 10. Das war aber gut. Ja, aber in den entscheidenden würfelst du ja das Nötigste von daher. In den entscheidenden Sachen der Würfel 10. Ja, aber ich hatte auch nur beim ersten Stern eine 3. Da, wo ich eine 2 verkackt hätte. Ich denke, das kann dir doch egal sein jetzt, ob du da mal jetzt eine 1 würfelst. Trotzdem, ich bin gierig. Ich will mal das Beste haben. Das Beste vom Besten. Deswegen hast du noch nichts. Ja. Oh. Ja, das kann daran liegen. Oh, da sind viele blaue. Oh, ja. Und jetzt kommt eine Urin-Kapsel raus. Mann, da Urin-Kapsel. Ja. Und so sieht das auch immer aus, wenn ich beim atmen. Oh, nee. Jake, Mann. Das muss halt zum Stern gehen. Und das ist halt eine Fragezeichen-Feld. Dieses Screentime dauert 20 Minuten lang. So, der Panik im Ende. Sind nicht einige von euch auf dem Weg, wo Bowser lang geht? Frag ich mich gerade so. Rico, glaub ich. Ich bin unten, glaub ich. Rico, könnte doch getroffen werden, oder? Echt? Nein, da geht er nicht lang. Doch. Nein. Der geht zu seinem anderen Haus. Achso, er stimmt. Sein anderem Haus. Als ob er so ein Flitterwochen macht. Ja. Ja, natürlich. Sein Ferienhaus. Nein, Vater. Wenn Rico das Minispiel nicht gewinnt, kann er nicht die Röhren-Kapsel einsetzen, um den Stern zu nehmen. Mein Vater schlägt mich, holt das Jugendamt. Aua. Was wieder zu ungehorsam. Aua. Wie der nicht auf seinen Vater gehört. Der Blut ist sogar auf dem Kopf. Mein Taschengeld. Wie der zu viel Mario Kart oder so gespielt hat, muss er das erst sperren und... Irgendwie so, ja. Und dann auch nochmal Taschengeld abziehen. Mein alter Vater lacht mich aus. Was? So ein Hopfer. Ja. Ist halt echt so. Komm, jetzt mal bitte so ein Multi Münzen. Ne. So. Oh. Oh nein. Yeah, yeah, yeah. Ach Gott. Ich will mal ganz kurz auf die Steuerung gucken, wie das nochmal ging. Okay. Ich habe ein Smash-Bloss für Arme. Ja. Nur ohne Prozente. Ja. Hehehe. 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 Es ist... Ja, na. Jetzt kämp' ich hier. Hehehe. Ich werde ab 3. Hä? Wo wurde ich denn gerade bitte schon getroffen? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Au! Boah, Alter. Das hat's mir ja übel weggekommen. Hehehe. Hehehe. Aua! Hast du das gesehen? Das war ja übelst. Der Weg. Mann, lass mich in Ruhe! Äh! Ey! Mann! Alter! Da hat er mich voll weggesnackt! Da hat er mich voll weggesnackt! Was? Ja! Fini! Oh! Was? Du hast noch 3 am Ende? Die sind auf mich gefallen zum Glück. Ja, du hast trotzdem die 3 erhalten. Wie hast du das gemacht? Ja! Ich wurde getroffen, dann sind die, die rausgefallen sind nochmal auf mich aufgefallen. Wie viel Glück muss man haben im Leben? Alter! Puh! Aber gut, ein Minispiel, ich denke dir eh an ihn, aber die Münzen sind nicht hart. Ja! Wobei ich auch gerade kurioserweise denke, dass ich ihm das schreitlich machen könnte. Ich habe schon nicht wenige Münzen geholt. Das stimmt. Ja, das meine ich in meinen Minispielstern. Achso, was muss ich? Und Münzstern müsstest du aktuell haben. Ja, und Ereignisstern auch. Ne, Jake auch, glaube ich. Was ist das denn jetzt? Das war Cooperbank? Ja, ne. Haben wir Brüder. Ja gut, das kannst du dir ja leisten. Ja! Besser so und zum Stern kommen, als nächstes einsetzen. Ah! Ich hätte mir eine Kapsel. Ich hätte gerne eine Wiggler-Kapsel. Nein, keine. Oh, dann Bananen. Und Bananen. Gut, ich kann Rico wenigstens seine Röhren-Kapsel wegnehmen. Das fehlt mir auch nix. Das fehlt mir auch nix. Das hat sich so gerade angehört. So, Moment. Wo ist denn jetzt Yoshi, my best friend? Bin immer noch weiter weg. Oder als ob ich jetzt die größte Gefahr für dich darstelle. Nö, aber du bist am nächsten dran. Deswegen kann ich mich machen. Was denn? Das ist echt hammerhart. Ich will auch einmal alleine gewinnen. Da muss man gemein zu sein. Alleine? Alleine. Allein. 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 Ach ja. Ne? Bin ich einfach das Arschloch. Aber das... Ja. Ne. Ich kann damit leben. Ich bin so ein ekliger. So. Du bist so ein asoziales Dreckschwein. Als wenn der den bekommt. Der bekommt den Stern nicht. Ja eben, weißt du. Weil Mario ist ja noch immer der am nächsten Hebel sitzt. Okay, vielleicht bekommt er den Stern doch. Wenn ich die Tornado-Kasse gleich nicht mehr einsetzen kann bei Jake jetzt. Obwohl, das zieht nur 10 Münzen ab, ne? Ja. Aha. Wieso könnt ihr das alles so holen? Leider zieht's nur 10 Münzen. Leider zieht's nur 10 Münzen. Alter, da hat... Da hat man richtig den Hass in Jacks Stimmung gehört. Also... Leider. Hammerhart. Die ersten Bretter, die er mir angetan hat, gebe ich jetzt ja auch nicht. Ah, ich weiß. War vielleicht ein... War vielleicht echt asozial. War vielleicht echt asozial. Ach, die müssen dann leider wieder weg. Aber danach kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ich irgendwas gemacht hätte gegen jemanden. Also ein bisschen gegeneinander spielen ist ja gut. Ja. Ja, klar. So eine tolle Dino-Kapsel zum Beispiel. Hat man ja auch an. Hi. Lunte treten. Oh, scheiße. Nein. Hämmern im Team. Ja. Nein. Okay. Also derjenige, der da ist, muss durchziehen, ne? Fuck, ey. Rico, ich glaub ich bin vorne. Ja. Ja, egal. Gleichzeitig denke ich immer, ne? Oder soll man direkt wechseln? Ja, klar. Gleichzeitig, ja. Gleichzeitig, ja. Okay. Sehr schlecht. Sehr gut, sehr gut. Ich zieh durch. Ich zieh durch. Oh, ja, Rico! Rico, hau auf die Kacke! Warum wurde er jetzt schneller? Ich hab wie immer gemacht. Ich mach das wie immer. Ja, Rico hat bis jetzt ganz leicht die Nase vorn, aber das Jack zieht grad gleich. Alter! Rico! Denk an die Münzen, Rico! Fuck, Münze! Riko, denk da ran! Münze! Du geile Sau! Du geile Sau! Du geile Sau! Komm schon! Yes, 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 yes! Scheiße! Ja! Ich bin wieder in Y-Zelon gekommen! Immer wenn ich meinen Kontroll... Schade! Hätte es werden können! Das ist mir sowas von egal. Hauptsache, ich hab dieses 101 geworden. Das reicht nicht. Ehrlich gesagt. Rico, ich glaub, hättest du nicht Y gedrückt, ich glaub, wir hätten ausgefahren. Ja, glaub ich auch. Aber da bin ich mit meinem Oberkörper rangekommen. Scheiße. Mit meinem Muskeln. Das entschädigt für alles, was da bisher passiert ist. Ach, die roten Felder sind wieder umgewandelt worden. Ja. Und immerhin war es auch wichtig, hier zu gewinnen. Ja, stimmt. Sonst hätte ich vielleicht den Stern schon bekommen, wenn Mario hier nichts einsetzt. Ja. Es bringt's mir jetzt nichts einzusetzen. Oh, okay. Die will ich gar nicht einsetzen. Kannst du dir auch mir schenken, wenn du möchtest. Das ist kein Problem. Ja. Oder mir. Ich werd damit auch... Oh! Typisch. Piets Handlanger. Ja. Hallo! Und beim nächsten Mal werd ich ne Eins sehen. Oh ne. Merk auf die Screentime wieder. Vom Bowser. An sich bringt das ja noch nichts, ne? Das ist Don Bananino aber, ne? Nee. Ich muss noch zu weit entfernen. Ja, und der hat keine Münzen. Das Ding. Er würde so am Stern vorbeilaufen. Und ich bin eh vor eben dran. Heißt, wenn er das Mini-Ziel gewinnt. Ja. Oh, hätt's ne Zwei gewürfelt, ne? Ne, ne. Moment, wo bin ich? Ach, da. Komm, lauf dran vorbei. Na, ich glaub das wird noch reichen, aber... Ja. Und dafür hat das nächste Mini-Spiel auch nicht gewinnt. Jupp. Du wirst sowieso den wegwirbeln, ne? Ja, nicht wenn du das anderes Mini-Spiel nicht gewinnst. Dann brauch ich das ja nicht wegwirbeln. Ja. Dann, wenn ich ne Eins würfel, dann wirbelst du den weg. Danke. Das find ich jetzt gemein. Wisst ihr, was das Gute dabei ist? Wisst ihr, was das Gute dabei ist? Dass Rico jetzt so sehr eigentlich bei Jake verkackt hat, dass unsere Sterne relativ sicher sind. Geil. Die Schoss hoch, ja. Vor allem, ich darf es so das dritte machen. Das hätte ich für einen Grund, jetzt von irgendjemand andern zu klauen eigentlich auch. Ja. Machen wir auch. Nein, nicht das hier. Ach, zunächst. Okay, aber ich denke, ich werde die Tornadino-Kappel einsetzen müssen. Ach, guckt euch sehr wohl! Sehr wohl! Keine Zähne. So. Jetzt muss ich mir den dämpften Weg aus, den es gibt. Noch ein Stein! Komm schon! Ein Stein! Es waren drei Steine in dem gelben Ding bisher. Ja, ne. Ach, komm schon. Fuck you. Oh, ich hab... Oh, ich hab... Oh... Ah! Ja, das hat Rico gewonnen. Schade. Oh, verdammt, ey. Es waren aber alle knapp. Außer ich. Es war richtig knapp. Ich hätt's auch schaffen können eigentlich. Ein Sprung mehr. Ja. Eieiei, jetzt wird aber Tornadino angesetzt. Ja. Darauf konnte ich mich halt schon einlassen, deswegen... Deswegen hast du die Münzen einfach mal genommen. Du musst mich einfach mal gewinnen lassen, du Sau. Nee. Als Kompensation zum EWM... Ja, zu EWM. Vielleicht hätte ich sie dann nicht eingesetzt und ich wäre auf irgendeinem Fall gekommen, alle haben die gleichen Münzen oder so. Ja. Genau. Ja. Ja, richtig, genau. Ähm... So, eine Eins oder eine Eins, Zwei, Drei... Vier... Oder eine Fünf. Eine Eins. Bitte. Versuch. Eine Eins oder Fünf? Ist denn dein machbaren Rahmen? Nachzudenken. Neun. Vielleicht kommst du oben auf das Fragezeichen. Ah, sechs, fünf, vier, drei, zwei... Da ist natürlich nichts. Ähm... Wird auch nichts sagen. Komm, dann geh ich mal oben lang. Vielleicht komm ich dann auch noch zum Fragezeichen. Ich muss spekulatieren. Wird gerne mal wissen, was das für Fragezeichen fällt da hin. Spekulatius. Spekulatius, genau. Hätte ich voll Bock drauf, aber die Zeit ist vorbei. Leider schon, aber im September ist es ja wieder soweit. Nein. Hätte ich sogar schon beim Guss. Ja. So, bitte genau vor meiner Nase. Jetzt wieder da weiter unten bei mir. Nado, du darfst dann auch gerne mal mein Kleid durchwirbeln. Ich würds mir halt mal gönnen, ja. Komm, du darfst mein Kleid durchwirbeln, wenn du nett bist. Durchwirbeln. Ich hätte nach unten gehen sollen. Ja. Ne, da wärst du auch vorbeigegangen, glaub ich, oder? Ja. Mit einer 6? Ich glaub nicht. Ich glaub, ich wäre kurz davor gewesen. Oh, oben ist da ein Fragezeichenfeld. Jaaa. Ne, das Fragezeichenfeld. Ne, ne. Schade. Ne, da sind so viele rote Felder. Ja. Aber Duell auch. Und? Mirakel. Brauchst du aber drei von denen. Ja, genau. Ich hab grad Makrele gelesen. Oh, keine Ahnung. Ja, Mirakel. Die Schicksalskapsel. Makrele. Die Schicksalskapsel. Die Schicksalskapsel, die alleine waren, ne? Lecker. Oh. War da nicht grad noch ein Stern? Drei, drei, vier. Toll. Nochmal zehn Minuten weniger, sehr gut. Sorry. Au. Und er geht natürlich jetzt nach unten lang, ne? Natürlich. Ja, genau. Natürlich. Ich hab schon abgehakt, eigentlich. Na, noch nicht, ne? Es gibt ja auch noch... Ich weiß... Was ist denn das irgendwas in der Mitte? Dass wir da so... So eine Feier, alle kriegen... Ja. Du kriegst von... Ja, ja, alle einen Stecker. Kann steigen. Boom. Alter ey. Das ist so scheiße, der Bowser. Da lacht er doch so dreckig. Das soll ich sagen. Könnte ich sein. Aber fuck, jetzt hast du nicht mehr genommen Münzen. Ja, eben. Deshalb. Ich glaube, weil das hätte bestimmt das sowieso für Wissige gekostet, dieses Teil. Ach so. Kostet der Catnot nicht 30? Ja, aber er muss die Kampel einsetzen. Den Stern zu klauen. Eigentlich war es gut für mich, ne? In dem Fall war es gut für mich. Oh. Aber... Aber deswegen... Hier spielt eigentlich alles gegen mich. Das Brett. Ja. Die Spieler einer ganz besonders. Irgendwie schon. Ich will mal keine Namen nennen. Ich glaube, es ist eh... Aber an sich hast du noch eine Chance. Kai, ne? Warum spielst du mal gegen Jack? Das finde ich nicht okay von dir. Ja. An sich hast du noch eine Chance, wenn du... 15 sogar. Ja, 15, okay. Wenn du Rico den Stern klaust, dann haben... Warum nicht? Sind wir relativ gleich auf. Ich bin wohl der Netteste gerade hier im Spiel. Also Kai, ich und du sind dann gleich auf und Rico ist nur ein Stern vor uns. Also eigentlich ist das relativ ausgewichtigt, sobald du den Stern von Rico klaust. Rico einen kleinen Vorteil. Was denn? Wann seid ihr denn gegen mich? Wann seid ihr denn gegen mich? Wann seid ihr denn gegen mich? Ich verstehe nicht. Ich bin so nett zu euch gewesen. Also ich habe jetzt nichts gegen Rico so aus. Ja, guck. Persönlich als Mensch. Na, abseits habe ich auch nichts hier gegen. Abseits dieses Brettes. Bin ich der Einzelste, der abseits davon auch was gibt? Oh. 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 Nur das Mensch, du Schlingel. Das nehme ich persönlich. Darf der Kupawang überhaupt was da? Nee, ist es nicht. Und deswegen gehe ich nach links rum. Glückwunsch. Oh. Du hast neun Münzen gewonnen. Oh, einen Bob-Ompf. Oh. Oh Bowser. Ja. Alle gleiche Münzen, 98 bitte. Nein, nicht Revolution. Ey, das wäre mir glaube ich nicht Vorteil. Ich habe die jetzt so gut gesammelt. Ich habe die jetzt so gut gesammelt. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber das ist... Das ist raus. Das finde ich nicht so geil. Mini-Spiel. Oh Scheiße. Oh nein. Oh Gott, da kann jemand all seine Münzen oder so. Oh nein. Das will ich nicht. Hättest du nicht Revolution machen können? Keine Rettung. Keine Rettung. Immerhin noch das Tastenspiel. Immerhin das angenehmste von allen. Oh nein. Oh nein, Alter. Finde ich aber auch am angenehmsten. Das angenehmste. Oh nein, Alter. Es tut mir schon so leid, ey. Holy shit. Dim dim dim. Fuck you. Jaaaa! 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 Ein Knopf, der gefehlt hat. Ja, ich habe aber mega viel auf Hals gegeben, weil ich immer L und E habe. So. Aber das Gute ist, ich bin eigentlich besser gerüstet jetzt, weil ich den Y-Knopf woanders hingesetzt habe. Ich dachte, er hat leider jetzt weiß, wo der Y-Knopf ist. Ja, dann habe ich den Y-Knopf falsch gedrängt. Ich habe immer was gelernt. Alter, ne? Weil Kai war es am schlimmsten, wer es am schlimmsten hat gewesen. Wenn der mich noch weggepuncht hätte, ne? Ja, das wäre echt krass gewesen. Ich bin da lieber, ich bin da lieber langsam und sicher, als irgendwie schnell und irgendwie falsch. Oh, das Spiel wollte ich nicht, dass ich mit Jake ins Team komme. Kacheltour. Kacheltour. Das ist halt übelst schwer, ne? Das könnte, könnte klar machen wir. Man könnte auf die Steuerung gucken, bitte. Stampfattacke. Ich auch nochmal kurz. Na, okay. Vor allem, wenn man einen Stampfattacke macht, haut er den so schnell weg, weil er gerade so am langsam aufstehen ist. Ja, das ist... Gebt ihm noch Tipps. Ja. Gebt ihm noch Tipps. Ohne Witz. Allgemeinwissen ist das. Oh Gott. Rico. Oh, Alter. Rico. Rico. Ah, ah. Ist klar, natürlich. Das kann nur keiner spielen. Rico. Nein. Oh. 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 Das wird gerechnet. Das war doppelt Finte. Oh. Das ist doch schwer einzuschätzen, wie man den am besten machen kann. Ja. Das ist echt schwer. Ich muss irgendwie jetzt an zwei Münzen kommen. Vor allem zweimal, wie ich gesprungen bin, war schon mega laggig. Je nach zwei, ne? Ja. Ne, ich will die nicht benutzen. Mach erst nach dem Kettenhundermitzen. Oh, mach mal, mach mal. Ne, warum? Sonst kriegt Rico die Kettenhundkapsel. Ja, deswegen ja. Und dann bin ich ja der vierte Stelle. Ich will nur Fragezeichenfelder kommen. Ach Kai, also solange ich jetzt unverschämt bin. Also jetzt aber auch mal hier Ruhe, ey. Du klaust mir einfach die Winzboxen, die sind für mich. Aha. Scheiße. Die können ja... Zweit hintereinander, kann das sein? Kann ich die nicht wegwerfen? Kannst du ja. Zum Glück kann Jack noch nicht klauen diese Runde, ey. Das ist gut für mich. Bei der nächsten, wahrscheinlich. Aber bestimmt komm ich jetzt wieder auf ein rotes Feld oder auf das Fragezeichenfeld. Wahrscheinlich kommst du auf das Fragezeichenfeld. Ja, fände ich gut. Ja, ja. Oh. Ich bin Assi. Ich bin Assi. Ja, ja. Das könnte Toner genug sein. Oh, doch, doch. Glaubt schon, oder? Nein, dann ist es das nicht. Hä. Ich kann mir schon vorstellen, weil ich bin ja wahrscheinlich auf der Sternenplattform und wenn du da jetzt gleich drankommst, dann... Oh Gott. Nein. Achso, es werden Kapseln. Na, du klaust die letzte. Das ist die andere Kapsel. Oh, oh. Ist es? Ne. Oh, scheiße. Jetzt nimmt er sich die linke. Hm, ist klar. Das brennt nicht. Laktito bricht auf sein Prinzip. Hier, natürlich genau dann. Ist klar. Ja. Oh. Aber wir haben noch eine Kapsel. Und da haben wir... 15. Ich muss halt... Es ist ja... Nein, das ist erst ab 16. Das ist halt die Selbstverteidigung, die ich machen kann, ne? Das ist ja nicht mal jetzt, weil ich gegen Jake bin, sondern einfach nur... Ja gut, das war Glück. Das war Selbstverteidigung. Weil ich wusste halt, Kettenhund geht auf mich, deswegen musste ich die halt wegnehmen. Ja, ich hätte auch irgendwie geguckt, ne? Ne, das ist ja nicht jetzt, weil ich Jake hasse oder so. Hast du genug für den Stern? Kommst du... Theoretisch ja, aber... Bestimmt wird jetzt gar irgendwas anderes gleich kommen und den krieg ich eh nicht. Puh, oh Gott. Wann ist denn der Part zu Ende? Ähm... Gleich. Naja, stimmt eigentlich. Ich wollte nur wegen Minispiel, ne? Sind wir nicht erst im dritten Part jetzt sogar? Jaja, genau. Ich war noch nie so einer. Moment. Deswegen überlege ich gerade. Aber dann sind die letzten 500 wieder so lange. Wir machen das noch mit und dann gleich bei dem nächsten. Okay. Lucken wir mal. Okidoki. Ah scheiße. War noch nie der. Geil. Ah, ich flüchte immer lieber. Ich bin natürlich... Ich bin natürlich ganz oben, ne? Alter, warum klappt das nicht? Das muss... Ich bin eigentlich in die Richtung gelaufen, in der ich hätte hinlaufen sollen. Aber trotzdem bringt das natürlich nichts. Wollte Taut nicht. Ne? Ne? Ich finde das auch schwer, wenn man wegläuft. Ja. Puh, aber mittlerweile schlage ich mich bei diesem Part ziemlich gut, muss ich schon sagen. Ja, du hast deine Hochphase gerade. Ja. Auch wenn ich auch übel Assi spiele. Ne? Kontrovers. Sehr kontrovers, ja. Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Ich sag mal, die Platzverteilung ist diesmal umgekehrt. Ja. Sonst war ich auch immer einer der letzten beiden. Jetzt bin ich endlich mal einer der ersten. Ach, dieses langweilige Scheiß. Ja. Das find ich mir lieb. Es wär geil gewesen, wenn alle roten Felder Bowser geworden wären. Ja, oder jedes Feld irgendein Ereignis. Ja, jedes Feld in der Kapsel. Sehr wohl. Das Ding ist halt, da spielt Kai übel in die Karten, ne? Noch ist Kai erster, weil er Ereignis hat und Münzstern. Nein, du hast auch Ereignis, glaub ich. Du hast auch zwei. Ach stimmt, Minispiel gibt's auch noch, ne? Stimmt. Ja, aber du hast auch zwei Minispielfelder, oder nicht? Eins, oder? Oder zwei? Keine Ahnung. Du hast mehr als zwei, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab, glaub ich, zwei Stück gehabt. Wir werden's im nächsten Part erfahren, glaub ich. Im nächsten Part und mehr. Haut rein. Tschüss.